Komm her. Warte, was? Was machst du da? Elsa! Nein, nein! Wir müssen irgendwie bremsen! Gib mir deine Hand! Festhalten! So ein Mist! Nein, nein, nein! Na toll! Anna, das klingt vielleicht verrückt, aber ich spüre da so einen Anzug von Wut aufsteigen. Ja, ich bin wütend, Olaf. Sie hat mir versprochen, dass wir zusammenbleiben würden. Ja, aber diese aufsteigende Wut, die spüre ich in mir. Wie jetzt? Du bist wütend? Ähm, ich denke schon. Elsa hat mich ja auch weggestoßen, ohne Tschüss zu sagen. Und deshalb darfst du, genauso wie ich, sehr wütend auf sie sein. Und weißt du noch, du hast gesagt, manche Dinge ändern sich nie, aber seit dem Tag ändert sich alles pausenlos. Ja, ich weiß. Aber siehst du, ich bin noch da und halte deine Hand. Ja, das ist wirklich ein guter Einwand, Anna. Das tat echt gut. Du bist so ein guter Zohler. Mö, wie immer vermanidest du mir den Mund? Das ist unmöglich. Nein, mach rein. Oh. Oh. Oh, die Riesen! Und sie sind riesen!